Klopapier! Er hat Klopapier auf seinen Kopf! Dingser hat ein Ei. Hat so ein Spiegel auf seinen Kopf? Na, das kann ich nicht. Alter, der Arme, alter Ding. Was denn da ist ein Fernseher? Communication! 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 Ach fuck, ich hätte ihn ja jetzt... Wir sind jetzt schon wieder tot. Es war Warsox. Und warum ich? Echt? Ich war am Admin-Trippel die ganze Zeit. Ich geh nie wieder mit dir! Ich geh nie wieder mit dir! Ich geh nie wieder mit dir! Er kommt mir entgegen. Ne, ne, ich bin mit dir da reingegangen. Ne. Ja doch! Ey, das ist doch... Also, kann ich mal kurz... Habt ihr irgendwelche Regeln in den Schiss, wenn man ein Meeting macht oder sowas? Irgendwelche Regeln? Ja, der neue fliegt immer gleich als erstes. Okay. Ich geh mal der Mörder! Wenn ihr jetzt Emergency Meeting machen, muss man ein Kicken oder nicht? Wenn dir jetzt die ganzen Infos zu wenig sind, brauchst du auch nicht wählen. Das ist so. Ja, ich meine halt, viele YouTuber spielen halt so, dass sie ein Kicken müssen. Also ein Voten, aber man darf sie nicht absprechen oder sowas. So war's halt. Nur Regeln haben wir an sich nicht. Also wir voten auch jetzt nicht... Also wenn, dann voten wir blind. Okay. Oh nein. Mich ist immer der Mörder. Und Nechi ist immer der Mörder. Und Nechi fliegt immer wieder. Und die Neuen fliegen als erstes. Ey, warum bin ich von dir denn alle? Nechi stirbt immer als erstes, genau. Bin wieder da. Ey, du hast überlebt mich. Ich. Ich. Mich oder er? Nechi, Chi-Do. Nechi, Nechi, Chi-Do. Chi-Do. Nechi. Falscher Raum. Hier. Hier. Hier ist. Storage. Ich muss im Kanister pinkeln. Warte, folgt mir aber auch die ganze Zeit. Oh, Dingsda. Dingsdaaaa. Mit seinem Spiegelei. Auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Scheiße, wo sind die denn alle? Kann doch nicht sagen, dass es hier nur einer lang gibt. Was? Nein. Da ist ein toter Kolb. Wo ist die Leiche? Admin-Bereich. Ich war bei der Avigation. Ich war... Und es war noch einer bei mir. Ich war bloß nicht die Farbe. da kann. Vielleicht war es ja mein Namenswetter. Der Orange. Das könnte ich mir gut vorstellen. Da würde er auch bei Edmund nicht. Ich weiß es aber nicht. 100%. Also ich bin mit... Weil ich wollte gerade bei Edmund raus. Da habe ich gleich hier gefunden. Ich bin kurz mit Chido durch. Ist der Orange überhaupt? Hallo? Und dann ist er schuldig. Nein, nein. Ich bin noch neu dabei. Ich war ein Stückchen rechts unter der Cafeteria in dem kleinen Raum. Ja, echt mal. Sag ich ja. Okay. Also er ist schuldig. Was haben die anderen zu sagen? Also ich war... Ich war mit B. Dingsda. Ich war mit B. Nico? Hallo? Ich bin gerade über Pins. Also Gang zwischen Cafeteria und über Pins. Ich glaube, es war Chido. Kann ich ja nicht sein. Ich bin ja gerade da rausgelaufen. Ne, Chido war... Ich bin ja gar nicht. Er war bei mir. Nee, Mich ist schon weg. Genau. Er schuldige, wir sind geflogen. Huiiii! Winkel, winkel. Ich bin hier gut. Ich bin hier gut. Tja, tja. Kata Ich habe ein Auge auf euch Warum müssen da jetzt die Tür zu? Ich will da durch! Ich muss da... Ich muss doch scannen Fertig! Mano, wer hat den ersten gesagt? Wer hat den ersten gesagt? Warum hast du nicht gesagt, dass da ein Doppelkill war? Ich habe gesagt, ich bin reingelaufen, da waren zwei Kills und Warsox ist mir entgegengelaufen Warum hat der so lange überlebt? Ich war nicht anwesend Warsox, vier gestorbenen, vier Tasks in der Lechdurchkessel. Vier fucking Tasks Ich weiß nicht, ob ich gelang ist. Auf Wiedersehen, tschau tschau! Was schreibt mir denn da die ganze Zeit? Ehm ... ich lauf jetzt mal der hinterher … ichALDRA99 Ich will... Ich klebe jetzt mal am Arsch. Wortwörtlich. Hm, hm, ja, hm, hm. Du, 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 du. Okay, macht Aufgaben. Und trotzdem bleibe ich jetzt. Ich habe ein Auge auf sie. Ah, ich muss aber hoch. Hier, click doch! Ich bin mal wieder Navigations. Twente, was kannst du zu deiner Verteidigung sagen? Du bist die ganze Zeit an mir hergelaufen. Ja, und du bist dann oben zum obersten Tisch gelaufen und ich bin unten. Da wollte ich hier einholen. So, was hast du zu sagen? Du wirst ja eher gesehen haben, wie ich. Ach so, ich hab den gar nicht zu sehen. Ich bin die ganze Zeit noch von Shiro gehauen. Ne? Ja, ich weiß, ich bin doch Shiro. Ich bin doch Shiro. Ich dachte, dass du nicht so nah an mich kommst. Ich hab gedacht, dass du nicht zu nah an mich kommst. Ja, ja, ja. Du mir hinterherstest du. Ja, der ging dir überkommt Köln und wollte es da sind auch auf Shiro schieben. Also... Ja, glaube ich auch. Nein, keine Ahnung. Ich dachte nur, was stehst du da in Cafeteria so rum? Auf einmal gehen die Türen zu. Du bewegst mich. Ich wollte mich am Anfang nicht bewegen, weil mein Monitor schwarz geworden ist. Deswegen hat es das bisschen länger gedauert. Ja, aber mein Monitor war schwarz. Da hab ich das nächste Mal genommen, dass ich mich einfach absafen kann erst mal. Dass ich gesafed bin, dass mich einer sieht, dass ich das sehen wollte. Aha, konnte nichts machen. Also keine Ahnung. Ich kann eigentlich keinen Kill gemacht haben. Mir ist die ganze Zeit hinter mir her gelaufen. Ich hab die ganze Zeit dafür gebraucht, um zu diskutieren, wer aus Bachs war. Mich! Mich ist wieder raus! Tschüss! Willst du weiter fangen? Nee, nichts passiert. Ja, weiter fangen. Der ist noch nicht raus. Quente, weiter fangen. Jo. Admin. Admin. Oh nein, diese Schlitzkartenkacke. Ah, komm schon. Mann! Fick dich doch. Ganz ehrlich. Ich mag nicht mehr. Diese Aufgabe ist kacka. Die ist kacka. Na, Mann, Alter. Kann man das machen? Kann man das machen? Mich, Zwente und Shido waren in Reaktor. Wir waren alle in Reaktor. Ja, wir waren alle in Reaktor. Wir waren alle in Reaktor. Ich glaub, grün ist grad mit mir runtergelaufen. Grün war... Ich ist grün. Hast du das hell oder hast du grün? Dunkel. Ich glaub, das dunkelgrün ist grad mit mir runtergelaufen. Ja, Richtung Security. Ah, also... Ich wollte gerade reporten. Der Hengguben, der ist mit mir zusammen. Natürlich wird hier reingerannt. Was das heißt, wenn ihr jemand runtergeladen seid, war vielleicht derjenige der Impostor war, da vielleicht in Intractical oder Mad Bay gewesen, ist gewendet, hat den irgendwo rechts getötet und ist dann wieder weggegangen. Zwente beschützt sich. Zwente war die ganze Zeit bei mir. Shido gerne aufgesucht. Auf jeden Fall da, wo laue Engine ist, aber die Tür ist grad zugegangen, glaub ich. Und dahinter lag er. Also, ich kann mich verteidigen, ne? Ja, du warst bei uns. Du warst bei Zwente, bei Shido, warst du mich. Ja. Ich war die ganze Zeit bei mir. Er verfolgt mich irgendwie. Ja. Das hier war Warshox auch der Schuldige. Warum ich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Und im Endeffekt war es Yoshi. Ja, Yoshi. Er macht nicht wie ein Schoßwünsche. Wer soll ich da tun? Der ist so. Du kriegst das schon hin. Irgendwie kriegst Frauen hin. Ich verfolge weiter. Nee, warte mal jetzt. Wo ist sie jetzt? Nein, ich hab sie verloren. Nein, wo ist sie? Nein, ich wollte nur... Ey, das hab ich doch vorhin schon gehabt. Komische Aufgabe. Wie schlecht. Was ist Zwente? Also ganz klar weiß. Ich bin hier mit Shido rumgelaufen. Sven, nein! Und tschüss. Was denn? Das war weiß. Sven ist gerade rausgeflogen. Sven ist gerade rausgeflogen. Achso. Erzähl weiter. Und sie ist unten in Lower Engine. Das Licht ist ja relativ schnell wieder angegangen. Ja, es hat Nico, glaube ich, schnell wieder angemacht. Ich bin mit Shido runter. Wolfina stand da so komisch an der Ecke. Killed Shido und springt ins Vent. Also ich war direkt beim Eingang schon bei Electrical. Deswegen weiß ich auch, dass Nico das Licht angemacht hat. Also das hätte ich jetzt auch so sagen können. Ja, du kannst aber auch weit gucken, wenn du im Poster bist, ne? Aber Sven, wenn es schon wieder gewesen ist, hast du gerade gesnitcht, dass sie in den Vent reingesprungen. Aber es geht doch nicht. Doch. Vielleicht war es andersherum. Du würdest das umdrehen. Ne, ich bin nicht. Ich bin zu dick fürs Vent. Ich pass da nicht rein. Ja, ja, das würde ich auch sagen. Ich bin auch zu dick fürs Vent. Und? Ich pass da immer rein. Nein, auf jeden Fall. Äh, weiß. Vor allem vor Eingang im Electrical. Warum wollte ich sieben roten? Scheiße. Wo? Wie schlecht ist das? WTF? Was ist das für ein Sieben? Wenn wir geskippen, weil ich niemanden raus wollte, weil wir sieben sind. So, kann ich jetzt hier downloaden, mein Sch... Schnell, schnell! Oh mein Gott, jetzt downloadet doch schnell! Oh, es geht um Lehm und Toad! Danke. Dings da. Oh, ich hasse diese Aufgabe. Ich... Das ist doch... Mann! Kackding. Ja. Ja. So... Ähm... Haben wir grad jemanden geflippt oder gekickt, der ähm... Ja, der hat Svente rausgeworfen. Ja, ähm... Mit Begründung oder mit... Oder... Hatte er... Ich hab keine Ahnung wieso. Ich hab einfach... Seine Anschuldigung war nicht unbedingt stichfest. Es hätte auch sein können, dass er eventuell das selber sein könnte. Und es auf jemand anderes abschieben würde. Also... Das kann... Ja, das kann natürlich sein. Ähm... Wen haben wir eigentlich gesasst davor? Also... Wer war eigentlich sonst... Ich glaube, Svente hatte Weiss gesasst. Genau. Weiss hat halt nicht zurückgesasst. Sie meinte aber, dass sie dich ebenfalls in den Electrical gesehen hat, dass du die Lights geflixt hast. Und du auch. Die hab ich gesehen, ja. Ich hab auch Dings da gesehen. Den hast du noch gesehen. Dings da. Dings da. Ja, so Dings da. Ach ja, sorry. Dings da. Dings da. Jetzt frag ich mich, wo... Ist aber... Ist also kein Kill gefallen. Wir können jetzt überlegen, ob das richtig war oder falsch war. Wir können uns das nächste Mal... Dings da. Dings du. Dings du. Dings de. Nein. Das wird dann richtig. Bis gleich. Das ist so ein bisschen creepy. Ähm... Was wollte ich denn jetzt machen? Eigentlich wollte ich die Karte schieben, ne? Äh... architects' sich kam jetzt nie zu Hause weg. Komm jetzt, sieh da durch! Tatsache Kuhn Näh... Hermann... Tatsache Kuhn Näh. Pachtei? Tatsache Kuhn Näh! App. Tatsache Kuhn Näh! ok eine frage ist ja ja ist dingster aus dem raunen rausgegangen oder hatte die luke genommen weil ich habe eine aufgabe gemacht er stand da oben auf einmal war weg ich bin rausgelaufen deshalb frage ich wohl finja weil die stand direkt vor der tür ich habe niemanden vor der tür gesehen ich weiß dass zwei bei mir mit dem raum waren eben entweder ich glaube richtung reaktor das reaktor ist links von navigation runter als ob er zu reaktor laufen wollen würde alarm war ja gerade ich bin aber jetzt im atmen was passiert hier möchte mir jetzt jeden einzigen backen oder vielleicht schnell weg schnell weg oh mein gott sind mörder im raum sind mörder im raum raum schütteln um um es gibt es nicht ich da sch da da er er hat alle ich noch schnell 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 rein da 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 sieht man nur die vier kameras okay das ist aber auch nur eine luke ich noch was machen ich hoffe ihr schaut mal angenehmer auf der kamera